Willkommen hier zum Rap-Armen, Menzi. Ja, Leute, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge. Oh, das ist ein Ei. Au. Ei? Ei? Oh, da kommt ein Ei. Hallo. Danke. So. Na, kommen die nicht mehr durch. So. Ich weiß nicht, wo die Geschick geblieben sind, aber herzlich willkommen hier zum nächsten Wort von Männers Wort. Hier, beim Wannerschönen. Warum liegt hier so ein Haufen Zeug? Hm. Was wollte ich mit den Steinen machen? Ich glaube, wir wollten irgendwie den Keller weiter ausprobieren. Es sind drei Millionen Jahre im Vergangenen, also Leute, bleiben ruhig. Ähm. Irgendwann, ich will hier eine größere Treppe machen. Ach. Ich weiß nicht mehr. Wir wollen hier, glaube ich, noch zwei nach unten gehen. Oh. Hier können noch zwei hin. Das liegt gerade. Das hat den folgenden Grund, dass ich nebenbei gerade schneide. Oder rendere. Also habe ich nicht mit Ausreden. Weil ich bin echt im Zeitdruck, kann man es schon sagen, was die Aufnahme betrifft. Weil, ich fahre nämlich mehr zu meinen Eltern. Und, äh, gerade schon, er brenner nämlich Bus im Latter. Und hinter mir kocht mit meinem Essen schon. Na, kocht. Taut auf, eigentlich. Ahnung. Viertel. Hintrum. Mal. Tauanp tools, für Das ist seit jungfl Capitol Play. Viertel tue, nur die April. Hintrum. Bow how to кам. T but. wir haben heißen der meisten ist die ja das will man auch das ist ja sehr gut die 2 mit diesem Eisenzwang ich finde das hier wieder rum das war uns ja anscheinend so haben wir irgendwas zum reinschauen damit hier ja nicht spawnen so das ist ja ich komme noch ne eigentlich wollte er hier 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 drei wollte ich haben das bleibt eigentlich noch eins runter jetzt wird die arbeit hier das hat ja richtig eine arbeit raus naja was soll es wir kriegen es schon wir sind nennen sie wir kriegen das wir packen das hoffe ich mal wir müssen uns auch mal in der Höhle noch eins schaffen das wo wir irgendwie botteln können und was wir hier drunter machen wir sie auch noch nicht so aber ich glaube ich brauche noch ein bisschen steigen ich habe gerade mal vier Eisen jetzt er ist richtig rar geworden damals hattest du jetzt den Eisen mit einer gehabt im besten Falle hier hier drin schon mal bauen weil es die Spätsage kaputt geht weit genug womit ich kann eigentlich mal wieder äh Spongebob aufnehmen eigentlich ist es so ein so ein alles Ding damals so letzt anzug sowas so letztes sachen sache aber schlafen ich hoffe es reicht wenn man die Türen nicht so machen das können wir machen so die alten ältere Spiele nur mal aufzufrischen ähm Burstein so voll Kohle naja wir brauchen unbedingt nur mal Holz nur mal Holzfarm gehen obwohl ich die die großen Bäume nicht mag sind scheiße oh Sniper mh das dauert so wie wie lang Eurelchenscheid PC äh ist das einfach so oh ich brauche unbedingt noch ein Feuerzeug dass man den Rest abbrennen könnte wo warst du oh ich hab was Eurelchenscheid so und unbedingt Holz Kohle weil die echte Kohle ist noch ausverkauft und wir müssen noch eben noch eine kleine Höhle noch bauen wo man eben alles mittel abformen können ja in der Seite wo ich nie ran kann Müsste es gewesen sein so da gucken wir mal werfen die Bäume hier Samen ab nö den auch nicht Scheiße wir brauchen Samen und ein Blatt Karz ja mal Och schreit doch nie da draußen rum mir aus schreit doch so 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 Oh Hühnchen und Ei dafür musst du sterben weil ich dich nie kriegen kann oder dich nie rein transportieren kann oder will oder möchte ja so so vorst mal wieder hier alles auf oh oh nein ich mich über Eier freue ich hab noch nie mal schaue oder sowas ich freue mich über Eier ich weiß noch nicht mal wann ich den Park begonnen habe das ist richtig mies das ist das Mieseste aber ich weiß dass man Essen in der Weile dauert deswegen will ich zwei Minecraft-Parts schon mal aufnehmen und nehmen will ich gleich die Bänden oh da geht der hoch Kies 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 und dann können wir nämlich auch noch Wunderchen abbauen den 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 das ist mein Essen im Hintergrund ganz gemütlich so sagen ja das ist mein Essen im Hintergrund verbrennt. Auf einer Grazie. Wow. Der fühlt mich stark. Dann werden wir die Ei noch schneller verbraten hier. Ja, endlich mal wieder ein kleines Kind. So, und die Akazier. Die stellen wir auch hin. Das Ding will ich am liebsten dann abbrennen. Irgendwo ist das in Holz. Ich möchte mich aber nicht die ganze Zeit durchbauen. Aber wir können so viel Holz hier haben. Oh, wie sieht es hier aus? Oh, da ist noch was. Oh, weint essen. Zombie! 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 Wir haben diesen Fisch! Oh, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir... Das ist halt traurig. Das ist ja richtig traurig. So. Dann können wir nämlich gucken. Wir haben jetzt... Wie viel Holz? 13... 12... 13 nur? Ich kann noch mal noch mal... Ich kann noch mal zwei Holzkohlen hier reinstecken. Ist nur noch ein bisschen Akazierfarm. Ein Peis ist mir nervt. Ja, das hört im Netz auch nicht auf damit. Ich muss jetzt mal essen. Weil ich habe den ganzen Tag noch nicht gegessen. Naja, noch ein bisschen Süßigkeiten habe ich. Achso. Und ich muss eben hier auch... Ich kann aufnehmen. Aber ich habe die Lust dazu. Das mache ich das auch. Ah, noch steht die Lust da. Warte, wie lange. Bau ab, die Scheiße. Oh, wir brauchen dann Feuerzeug noch. Flint and Stone. Flint and Stone. Es wird eh bald wieder Nacht. Naja, zum Insel. Ja, vom Insel. Stimmt. Dann würde ich sagen, lassen wir es eigentlich schon mit dem Part. Das reicht ja eigentlich schon fast. Von mehr passiert heute eh nicht. Bauen wir mal wieder Holzkohle, damit wir mal steigende Formen können. Wir müssen immer wieder unter die Erde. Damit wir eben ein bisschen mehr Eisen haben und sowas. Das können wir uns glaube ich im nächsten Part mal ansetzen langsam. Das macht vielleicht von unserem Lager aus. Eine Höhle nach unten machen. Äh, zu früh. Gut, das ist das nie mehr genau, wie es funktioniert. Also dies gut. Die können weg. Die Pflanzen, die brauche ich im Moment nicht. Die Bäume wachsen, glaube ich. Wie verrückt. Oh, Nappel. Brauche ich. Ich habe Hunger. Ich wollte gerade sagen, wo durch. Ich habe mich ein Dings verloren. Aber natürlich den Kampf gerade. Ich habe mich so hart angegriffen. Ich brauche eine Spitzhack und eine neue Axt. Okay. Wollte ich mir merken. Hm. Ich bin voll. Ich muss mal wieder sortieren hier. Ich muss sagen, was habe ich weggeworfen. Oder waren die Blumen, glaube ich. So. So. Und so. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für den heutigen Part. Wenn ihr euch da ganz gut gefallen habt, dann sind wir nicht erinnert. Und schreibt in den Kommentaren, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und auch nicht. Und dann zum nächsten Mal sagt ihr mein Erster Wort. Ciao, ciao. Ciao.